Ich will das größere Pfarrer. Nie, ich krieg das größere Pfarrer. Ich ess mehr. Ich brauch mehr. Ja, das geht's. Na, mehr? Scheiße. Goal. Leute, wir kommen zu unserem neuen kleinen Vlog. Wo befinden wir uns gerade? Wir sind heute aus Kalyazin vom Trainingslager wiedergekommen. Und jetzt sind wir gerade einkaufen, wie man uns schwer erkennt. Und zwar, wir haben eine Wohnung. Genau, wir haben jetzt für einen Monat. Ja, erstmal ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann schauen wir, ob uns die Wohnung gefällt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den ganzen Haushalt einkaufen. Was ist das? Handschuhe. Müllbeutel. Du weißt, das ist Backpapier. Ja. Schreichhölzer. Sie raucht. Also, warte, ich hab hier eine Liste gemacht. Einige Sachen stehen da schon drauf. Tim und ich, wir leben jetzt zusammen. Das erste Mal in unserem Leben. Richtig zusammenleben. Nicht der. Oh, nein! Okay, was noch? Warte, ich geb dir mal die Liste, dann ist es ein bisschen leichter. Oh, Trickshot, Trickshot. Leute, ich bin ein richtiger Depp. Ja. Ich hab euch gerade einfach die komplett falsche Liste gezeigt, weil ich die eigentliche Liste gelöscht hab. So, das ist die eigentliche Liste. Ich hab euch gerade einfach mal eine komplett falsche Liste gezeigt, weil eben aus den Programmen oder so ein Mist. Ups, fail. Okay, äh, Papier. Ich will die haben. Ja, bitte. Wenn du zu Hause brauchen wir schöne Servietten. Ich merk's schon, Leute. Das wird so ein richtiges Blumen zu Hause. Also, Klopapier. Guck mal, brauchen wir sowas hier? Das sind so Tütchen für so Sachen. Habt ihr gehört, Tütchen für so Sachen? Äh, um da so Sachen reinzutun und dann mit Wischern. Ah, ja, die. Essen. Ah, ja, egal. Was für Essen ist immer gut. Wir sind hier seit drei Stunden in einer Ecke. Ist dir das mal aufgefallen? Seife ist auf jeden Fall wichtig, dass die Hände immer schön sauber bleiben. Wir nehmen jetzt... Nein! Das ist gut, das ist mit Creme. Da steht erst mit Creme dran. Ich bin ein Mädchen, weil ich ein Mädchen bin. Ich bin ein Blumen zu Hause. Nein, beim Angebot. Guck mal, Tim. Das ist auch ein Problem. Ich verstehe diese russische Sprache gar nicht. Aber hier steht auf jeden Fall mein Name. Das ist top. Was ist denn das? Egal. Immerhin sieht dann einer von uns, was wir für Angebote hier haben. Ich check's nämlich überhaupt nicht. Pfirsichgeruch. Klopapier mit Pfirsichgeruch. Wir nehmen stinknormales Klopapier. Das ist ganz wichtig, wenn man mit einem Mädchen oder mit einer Frau zusammen wohnt. Duft für die Toilette. Ihr wisst, was ich meine, Männer. Was machst du gut, Tim? Ja. Vielen Dank. Leute. Aber die verstehen mich eher nicht. Leute, ich bin ein richtiger Depp. Ja. Genau. Das sind hier irgendwie nicht die Schnellsten. Mein Gott. Oder mehr Zeit. Tja. Kriegst du hin? Ja. Ja. Okay. Ich glaub, wir haben jetzt alles eingekauft. Ja. Und jetzt sehen wir uns gleich zu Hause. Und wir sind wieder da. Zu Hause. In unserem neuen Zuhause. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil irgendwer wegen Wasser kommt oder so. Warmwasser oder was war das? Wir nehmen uns den Klo eigentlich. Achso. Funktioniert noch nicht. Klo funktioniert eh nicht. Gut, dass wir erst ein paar Stunden hier sind. Wir haben sogar ein kleines Haustier hier. Zwei. Zwei Haustiere. Prastik. Okay, das ist gerade ein bisschen schnell gegangen. Der Typ hat nämlich schon aus dem Rat. Jetzt beginnen wir mit dem Aufwand. Viel Spaß. Leute, vor lauter Putzwaren hätte ich euch was vergessen. Wie ihr seht, die Putzarbeiten sind in vollen Touren am Gange. Ich putze den Boden. Katharina wischt die Teller. Weiter geht's. Was ist gerade ein bisschen. Musik 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 Halbzeit, Leute. Also, wie gesagt, wir sind ja hier am Putzen, aber ich muss auf jeden Fall mal ein großes Lob an alle Mütter aussprechen. Musik Also, es ist ja nicht so, dass wir gar nicht putzen, ne? Wir putzen ja schon so die halbe Wohnung zuhause, oder? Das ist eine klarte Lüge. Ja. Aber wir kommen langsam voran. Mein Part, also der Boden, sieht doch immer nicht so geil aus. Teller sind sauber. Was? Jetzt fehlt nur noch... Sind sauber, meine Katharina. Jetzt fehlt nur noch Staubfischen auf den Regalen gleich. Und dann kommen wir zur Roomtour. Musik 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 uição Musik Musik fertig sagen wir die ersten schritte in den einzug sind vorbei gemacht ja so langsam leben wir uns hier ein das war's von dem einzug und im nächsten video erfahrt ihr wie das ganze hier so aussieht da machen wir nämlich so eine kleine room tour und da werden ich mag sehr ja also mir gefällt es auch dann bleibt mal dran und seht was in dem nächsten video noch so passiert wir genießen noch unseren rest vom sonntag das ist nämlich unser einzig freier tag heute gewesen jetzt erst mal füße hoch ja füße hoch und entspannt wir sehen uns wie gesagt im nächsten video macht's gut läuft weil hier würde ich sagen was kommt raus